Seniorenmeisterin, wie gesagt, der UDSSR. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Und das macht die Sowjetunion ganz geschickt. Sie nimmt die jüngeren Leute auch mal mit zu einem solchen Wettbewerb, zu einer solchen Veranstaltung. Lässt sie auftreten vor vielen tausenden Zuschauern, 7000 exakt hier in Belgien. Lässt sie Erfahrungen sammeln. Und das zahlt sie später dann aus bei den großen Wettkämpfen. Höfstl 입md. Und das macht die viewed. Wettbewerb.